Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu Alle gegen Thiele, der 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Ich habe jetzt mal nochmal ein neues Design gewählt, weil ich das irgendwie besser finde, dass wir direkt alle Spiele sehen und direkt auch die Tabelle sehen, wie sie sich verändert. Und somit freue ich mich, euch zu begrüßen zur nächsten Folge unseres Tippspiels. Ich gebe meine neuen Tipps des nächsten Bundesliga-Spieltags ab und wir gucken jetzt erstmal ganz kurz auf die neuen Paarungen. Wir haben am Freitagabend den Auftakt dieses Spieltags mit Stuttgart gegen Mainz, dann am Samstag extrem spannende Spiele. Zum einen das Rheinderby und das ist das wahre Derby am Rhein. Köln gegen Gladbach, ich freue mich sehr darauf, das wird eine extrem spannende Begegnung. Ansonsten haben wir noch Bochum gegen Freiburg, Hertha gegen Augsburg sowie Fürth gegen Hoffenheim. Das klingt jetzt vielleicht für den neutralen Beobachter erstmal nicht ganz so spannend, aber wir haben auch noch Wolfsburg gegen Dortmund, der BVB nach Champions League aus jetzt in der Bundesliga gefordert, an den Bayern dran zu bleiben und die Bayern hingegen empfangen am Samstagabend zum Topspiel der Woche in der Allianz Arena Arminia Bielefeld. Dann haben wir noch am Sonntag das Duell der zwei Europa Cup-Teilnehmer mit Frankfurt und Union Berlin sowie RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. Das sind die neuen Spiele und jetzt gibt es meine neuen Tipps. Und wir beginnen natürlich mit Stuttgart gegen Mainz. Ein Spiel, auf das ich auf jeden Fall gespannt bin. Der VfB steht aktuell nicht gut da, trotzdem letzte Woche in Dortmund schon gute Akzente setzen können in einem schwierigen Spiel mit natürlich erneut schwierigen Bedingungen. Geht es nun gegen die Mainzer extremes Verletzungspech. Der FSV steht auf einem sehr, sehr guten Tabellenplatz 8 und ich glaube, der VfB wird es weiterhin schwer haben. Und Mainz gewinnt hier knapp mit 1 zu 0. Und jetzt seht ihr also auch meine Tipps direkt hier mit dabei und somit würde Mainz erstmal auf Platz 5 springen. Aber gucken wir erstmal weiter, denn wir gucken jetzt natürlich auch aufs Derby. Köln gegen Gladbach. Ich bin extrem gespannt auf das Spiel. Der FC letzte Woche gegen die Mainzer gespielt. Es war ein 1 zu 1, was eigentlich unnötig war. Am Ende doch irgendwie verdient, weil man einfach in der ersten Hälfte nicht mehr gemacht hat oder nicht besser sich vollendet hat. Man hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Jetzt geht es gegen die Borussia aus Gladbach. Die hat letzte Woche Gräuter führt aus dem Stadion geschossen, sprich Selbstvertrauen ist da. Die Frage ist, kann Gladbach endlich mal eine Serie starten? Es fehlt aktuell noch die Konstanz in den Leistungen. Trotzdem ist Gladbach stärker als noch vor 5, 6 Spieltagen und somit glaube ich hier an ein Unentschieden. Und wir sehen, am Ende wird es ein 2 zu 2. Das nächste Spiel ist Bochum gegen Freiburg. Der Vorfall Bochum steht auf einem starken 13. Tabellenplatz. Ich glaube, den würde man direkt unterschreiben, wenn man es aktuell machen könnte. Freiburg auch richtig gut drauf auf Platz 3 stehend. Auch wenn es letzte Woche eben eine Pleite gab. Und das war schon eher enttäuschend, weil es auch einfach kein gutes Spiel war. Es war einfach nicht gut genug. Somit ist man auf Wiedergutmachung aus. Die wird es auch geben, denn Freiburg gewinnt in Bochum knapp mit 2 zu 1. Hertha gegen Augsburg. Ein Duell zweier Teams, die nach unten gucken müssen. Mit einem Sieg, aber auch etwas besser nach oben gucken können. Somit auch da Spannung mit dabei. Die Hertha überzeugt auch noch nicht so richtig. Auch da hat man teilweise Spiele mit dabei, wo sie verdient gewinnen. Aber auch sehr, sehr viele Spiele mit dabei, wo sie einfach nicht gut genug sind. Nun geht es gegen den FC Augsburg. Die steht auf Tabellenplatz 15. Auch da merkt man einfach, der letzte Quäntchen oder das letzte Quäntchen Glück in manchen Aktionen fehlt. Aber letzte Woche konnte man die Bayern schlagen. Das war eine komplette Überraschung. Es war eine gute Leistung gegen nicht so gute Bayern. Und natürlich will man das auch mitnehmen. Man geht nach Berlin. Man fährt nach Berlin. Es ist kein einfaches Auswärtsspiel. Ich glaube an ein zähes Spiel, an ein nicht so angenehmes Spiel für die Zuschauer. Und somit tippe ich, glaube ich, fast sogar zum ersten Mal in der Laufbahn von Aller gegen Thiele auf ein 0 zu 0. Gucken wir mal, ob das halt wirklich so eintreten wird. Führt gegen Hoffenheim ist das nächste Duell auch ein Duell für David Raum, unser Nationalspieler, der Hoffenheimer, gegen sein Ex-Verein. Gräuter führt ein Punkt nach zwölf Spielen. Ich meine, man muss auch nicht jede Woche durchkauern, aber es ist und bleibt einfach so, dass die Fürth dann nahezu chancenlos sind. Den einzigen Punkt gab es gegen den Tabellen 17. Arminia Bielefeld. Es muss sich irgendwas ändern. Die Frage ist, was kann man ändern? Nun geht es gegen die TSG. Hoffenheim im Tabellen Mittelfeld mit zwei, drei guten Spielen wird man weit nach oben schwingen. Zwei, drei schlechte Spiele weit nach unten fallen. Somit muss die TSG dieses Spiel eigentlich auch an sich reißen, eigentlich auch gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass das Team von Sebastian Hoeneß dies auch schaffen wird. Die TSG gewinnt in Fürth mit 2 zu 0. 2 zu 0 wollen wir haben. So ist richtig. Wolfsburg gegen Dortmund. Schönes Spiel. Gutes Spiel. Ich glaube, darauf können wir uns verlassen in der Samstag-Namitagskonferenz. Wolfsburg auf Platz 8 abgerutscht durch das Spiel letzte Woche. Der BVB ist dank Augsburg und natürlich auch dank seiner eigenen Leistung in den VfB Stuttgart an den Bayern dran. Und das so nah wie lange nicht mehr. Einen Punkt hinter dem FCB. Das will man beibehalten. Man möchte den Vorsprung auf jeden Fall nicht wieder größer machen lassen oder größer kommen lassen. Man kommt aber natürlich aus einer Woche, die nicht ganz so einfach war. Dortmund in Lissabon verloren. Es war kein schlechtes Spieler, was war trotzdem überhaupt nicht gut genug. Vor allem auch in der zweiten Hälfte. Man muss sich steigern. Aus der Champions League ist man raus. In der Bundesliga steht man aber trotzdem gut da. Ja, es ist so eine komische Atmosphäre gerade in Dortmund bedingt eben durch einen guten zweiten Tabellenplatz. Den will man halten, den wird man halten. Der BVB gewinnt in Wolfsburg und das mit 3 zu 1. Top-Spiel der Woche ist Bayern gegen Bielefeld. Ich denke mal, das eigentliche Top-Spiel ist Wolfsburg gegen Dortmund oder vielleicht auch Köln gegen Gladbach. Aber gut, Top-Spiel steht einfach drauf, bedingt durch die Anschlusszeit. Also, der FCB Tabellenerster empfängt Aminia Bielefeld Tabellen-17. Das klingt schon mal nach einer klaren Geschichte. So klar wird es aber, glaube ich, nicht. Letzte Saison in München konnte Bielefeld einen Punkt mitnehmen und das auch vollkommen verdient. Wer es noch weiß, ähnliche Bedingungen wie für die Bayern in Kiew gab es da mit Schnee. Und die Bayern kommen aus der Champions-League-Woche, wo sie gegen Dynamo knapp mit 2 zu 1 gewonnen haben. Es sind einige Spieler verletzt, einige Spieler in Quarantäne, einige Spieler positiv getestet. Es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für die Bayern, sich da durchzukämpfen. Trotzdem muss man natürlich den Anspruch haben, Aminia Bielefeld zu besiegen. Das schafft man auch. Trotzdem wird sich die Aminia wehren. Am Ende gewinnt Bayern in einem torreichen Spiel, aber nur mit 3 zu 2. Aber immerhin ein Sieg. Und ich glaube, das ist das Einzige, was aktuell bei den Bayern zählt. Aktuell geht es eben nicht darum, wie schön oder wie hoch man gewinnt, sondern nur darum, dass man gewinnt. Dann noch die zwei Sonntagsspiele. Da haben wir zum einen Frankfurt gegen Union Berlin. Das heißt Europa League gegen Conference League Teilnehmer. Sprich, beide hatten eine englische Woche. Beide haben erst am Donnerstag gespielt. Frankfurt steht auf Tabellenplatz 12. Ist natürlich relativ enttäuschend. Das ist, finde ich, ähnlich wie bei Gladbach oder auch bei Hoffenheim. Es fehlt einfach die Konstanz in den Leistungen. Letzte Woche wichtigen Sieg holt gegen den SC Freiburg. Darin will man anknüpfen. Es geht gegen Union, die eine super Saison spielen. Natürlich sind sie jetzt hier erst mal auf Platz 7 abgerutscht durch den Sieg von Hoffenheim. Aber alles gut. Union spielt eine überragende Saison erneut mal wieder. Und ich denke mal, Abstiegskampf kann man fast schon abhaken. Fast. Aber natürlich noch nicht ganz. Jetzt fährt man nach Frankfurt. Und ich glaube sogar, dass Frankfurt, wenn sie in Europa League, eine gute Leistung zeigen, schon mitnehmen werden und sich einen Heimsieg holen, der wichtig ist. Und deswegen gewinnen sie am Ende mit 2 zu 1 gegen Union Berlin. Letztes Spiel lautet Leipzig gegen Leverkusen. RB Leipzig auf Tabellenplatz 10. Jetzt hier in der aktuellen Tabelle. Das ist relativ enttäuschend, wo man aktuell steht. Das ist immer noch nicht gut. Man bräuchte jetzt bis Weihnachten eigentlich mal wirklich nur Siege, um oben anknüpfen zu können. Leverkusen hatte das vorhin noch zu Beginn der Saison. Aktuell Tabellen viert er mit 21 Punkten. Ist eine super Ausbeute. Trotzdem waren die letzten Ergebnisse relativ enttäuschend. Nun geht es also nach Leipzig. Kein einfaches Auswärtsspiel. Und ich tippe hier auf das dritte Remis des Spieltags. Am Ende gibt es ein 1 zu 1. Also, das sind meine neuen Tipps des nächsten Bundesliga-Spieltags. Heute mal in einer etwas anderen Art und Weise. Ich bin auch mal gespannt, wie ich abschneiden werde in dem Tippspiel. Denn wir haben ja auch bei Alle gegen Thiele auf Kicktipp eine Tipprunde am Laufen. Und natürlich seht ihr jetzt auch, wie die Tabelle nach dem Spieltag aussehen würde. Großer Gewinner für mich, die TSG Hoffenheim, die extrem Boden gut machen würde. Hertha würde auch einen Schritt nach vorne gehen, den VfL Bochum überholen. Ansonsten bliebe relativ viel gleich. Und auch wichtig für den BVB, sie blieben mit einem Punkt an den Bayern dran. Sprich, Vorsprung wäre noch genauso. Und nicht wieder größer geworden. Das sind also meine neuen Tipps. Eure neuen Tipps könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020